Yo Leute, was geht ab? Zocker am Start hier und eine weitere Folge von mir Battlefield 1. Wir sind hier auf der Map Nabe von St. Quentin, Kriegstauben. Jetzt müssen hier noch ein paar Spieler gefunden werden. Ich hoffe, dass das jetzt schnell geht. Eigentlich geht es ja immer zügig, aber da kann ich euch mal inzwischen zeigen, in der Zeit, was ich jetzt gerade mache. Ich bin dabei, den Sunny am hochleveln. Gut, ich habe jetzt eine längere Zeit nicht mehr gezockt. Das wollte ich jetzt auch wieder öfters zocken. Ja, wie man sieht, Speer bin ich da auch etwas am hochleveln. Das ist nicht so einfach mit dem, aber es klappt immer besser. Mit der Hellriege, also Sturmsoldaten, kann ich natürlich am allerbesten zocken. Ich wäre normalerweise schon Level 15 oder 16, wenn das eine Update da nicht gewesen wäre. Ja, und die Selbstladebüchse, die ist sehr, sehr gut. Also, die geht mir gut ab. Die schießt sehr ruhig. Ja, aber ich möchte ja hier mal die Waffe Selbstlader 1906 Werk freischalten. Da muss ich aber noch ein bisschen Zeit investieren. Ja. So, das Ganze überspringe ich jetzt, bis die 10 Spieler gefunden sind und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder und es geht los. Eine Taube wurde geortet. Eine Taube wurde geortet. Wo denn? Ah, da hinten. Boah. Wir haben die Taube geborgen. Boah. So. Wichtig. Ah, wart. Ich gehe ganz hoch. Wichtig ist halt, dass man sich hinlegt. Flach. Umso schneller geht's. Man sieht's, jetzt geht's schneller. Na komm schon. Nachricht verfasst. Die Taube ist bereit. Boah. Hat's geklappt? Jawohl. Geil, oder, Leute? Direkt die Taube hier freigelassen. Jetzt kommt der Luft. Der Luftanschlag. Jawohl. Ja, gib mir Kills. Nice. Drei Stück waren das, oder? Mal schauen. Ja, drei Kills. Vom Luftanschlag. Wahnsinn. Eine Taube wurde geortet. Oh, ich hab mich verdrückt. Scheiße. Ach, ja, die Hellriegel. Wenn die auf dich ballert, dann stehst du nicht mehr lange. Ja, ich hab mich jetzt total verdrückt. Ich hab nach rechts gedrückt. Steuerkreuz. Wollte ich eigentlich gar nicht. So. Oh, Mann. Wo spawn ich denn hier? Oh, you buy gas. Damit kommst du auf die Beine. Alter. Warum legt er sich nicht mit der Taube hin, ne? Das kapieren einfach die meisten immer noch nicht. Dass man mit der Taube sich hinlegen muss. Ich, ich versteh's einfach nicht. Hier, erste Hilfe. Oh, scheiße. Wieder die Hellriegel am Start. Level 37. Wir haben die Taube freigelassen. Na komm, flieg. Flieg. Oh, scheiße. Taube verloren. Wir haben die Taube verloren. Oh. Wollte der mich hier verarschen. Heftige Scheiße. Ah, Mist von hinten. Ach, schon wieder die Hellriegel. Mann, verfolgt der mich oder was? Wieder dasselbe. Man meint gerade, der verfolgt mich. Ja, ist halt nicht so einfach, wenn man das nicht so gewohnt ist. Boah. Muss mal kurz. Boah, Alter. Hier geht's ja übelst ab. Na komm, flieg. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Boah. Boah. Taube wurde geortet. Da hinten. Der Feind hat die Taube geborgen. Ah. Nein. Ich dachte jetzt, der eine, wo er auf mich geschossen hat, dass er jetzt von der anderen Seite kommt. Naja. Oh. Ja, das kann sich manchmal echt sehr lange ziehen mit der Taube. Oh, jetzt lassen die die Taube frei. Nein. Ja, mit der Waffe ist es unmöglich. Boah. Heftig. Schnell, heile dich. Eine Taube wurde geortet. Schau! Ei, ach, ne, drei Stück Ja, und er töte mich mit der Piste, natürlich Ja, ich habe auch gar nicht wirklich richtig drauf geschossen Das war richtig merkwürdig Meint hat die Taube geborgen Ach, ja, natürlich, jetzt kommt er außen rumgelaufen, als er es wusste Er hat mich doch gar nicht gesehen Oder? Ich war heftig Wo laufen ich hin? Die Taube ist ja da hinten Oh, lauf Wir haben die Taube geborgen Wir haben die Taube geborgen Ach, nee, komm Scheiße, ha, aber noch einer mit der Brandgranate Die Modell 10A Jäger, die ist Die schießt von Weitem Das ist richtig übel Ja, eigentlich muss man mich ja beschützen in der Zeit Schnell, schnell, schnell Komm schon Komm, flieg Jawoll Das zweite Mal Geil So geht das Direkt hinlegen Boah Jawoll Sieg Ja, Leute, ne Wie gesagt, im Squad ist das immer besser Wenn man halt mit mehreren Leuten drin ist Dann ist das Ganze Ja Kann man sich besser verständigen Wer jetzt wo aufpasst Der eine legt sich hin Mit der Taube Ein bisschen immer dann Gas hinschmeißen Dass, äh, ja Die Gegner fernbleiben Ja, gut Die meisten ziehen sich ja dann die Gasmaske Die Gasmaske drüber Und dann Kommen sie reingestürmt Und schießen aus der Hüfte Deswegen Ja Oh, ich hab ein Battlepack bekommen Geil Ja Dann schauen wir mal Wie viel habe ich eigentlich gemacht 16 zu 9 Geil Taubenjagd Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute Ich hoffe, es hat euch gefallen Bis dahin Ich hoffe, es hat euch gefallen Ich hoffe, es hat euch gefallen Bitte